Die Befehle vom BDU Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Die Befehle 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 vom BDU. Streng geheim. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Handelsschiff. Handelsschiff. Kurs setzen. Ich könnte etwas Hilfe geheim. Ich kann das Schnitze und das Bier förmlich schmecken, das auf uns wartet, wenn wir in den Hafen zurückkehren. Ich könnte etwas Hilfe geheim. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich bin etwas Unterstützung. Bestätige. 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 Ich benötige hier etwas Unterstützung. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kalloin. Zeit für eine Auszeit. Endlich ein paar Stunden Pause. Uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Ziel in unserer Nähe gemeldet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Patrouillengebiet erreicht. Funk-Telegramm gesendet. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kalloin. Eines unserer U-Boote hat soeben ein mögliches Ziel innerhalb unserer Reichweite gemeldet. Wird erledigt, Herr Kalloin. Das war's für heute. Alle Maschinen stopp. Tauchen auf 45 Meter. Tauchen auf 85 Meter. Tauchen auf 45 Meter. Auf E-Motoren wechseln. 15 Meter. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wird erledigt, Herr Kanoi. Aktuelle Tiefe 35 Meter. 40 Meter. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 140 Grad. 35 Meter. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 220 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 40 Meter. Kurs setzen. Anblasen. Äußerste Kraft voraus. Bestätigen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Bestätigen. 25 Meter. Fünf Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kanoi, wir sind aufgetaubt. 30 Meter. 50 Meter. 60 Meter. 42 Meter. 50 Meter. Prost, Setzen! Welten Sie sich zur Wache! Melde mich zum Dienst! Ich benötige hier etwas Unterstützung! Jawohl, Herr Kalloy! Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen! Wird erledigt, Herr Kalloy! Schornsteinrauch, Peilung 50 Grad Ich bin ein Schmerz, Herr Kalloy! 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 Kurs setzen. Äußerste Kraft voraus. Ich könnte etwas helfen. Drucktelegramm gesendet. Kurs setzen. 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 Kurs нрав. Kurs finite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Langsame Fahrt zurück. Oder 5 Grad. Oder 20 Grad. Oder 20 Grad. Oder 20 Grad. Oder mit Schiff. Oder mit Schiff. Oder mit Schiff. Navigation. Oder mit Schiff. Oder mit Schiff. Oder mit Schiff. Schiff. Oder mit Schiff. Oder mit Schiff. 40 Sekunden. 40 Sekunden. 20 Sekunden. 20 Sekunden. 20 Sekunden. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. 20 Sekunden. 30 Sekunden. Ohr 2 bewässern. Und zwei, bewässern! Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Ja, 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Funktelegramm gesendet. Herr Kalleun, wir sollten das Boot nach versteckten Schäden absuchen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich benötige etwas Unterstützung. Jawohl, Herr Kalleun. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kalleun. Sintaus Stattdruck 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 Die Maschinen Stattdruck Stopp! So, let's go! Herr Kapitän? Ja. Halbe Fahrt voraus. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Funkraum besetzen Alle Maschinen stoppen Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmesserung Tiefe unter Kiel 17 Meter Tauchen auf 10 Meter Aktuelle Tiefe 5 Meter E-Motoren wechseln Torchraum besetzen 15 Meter Schraubengeräusch Handelsschiff Peilung 0 Grad Kurs auf diese Koordinaten setzen Wird erledigt Herr Kalleun Schraubengeräusch Handelsschiff Peilung 20 Grad Kurs auf diese Koordinaten setzen Jawohl Herr Kalleun 10 Meter Herr Kapitän Kurs setzen Wird erledigt Herr Kalleun Kurs auf diese Koordinaten setzen Kurs auf diese Koordinaten setzen Betrachten Sie es als erledigt Herr Kalleun Anblatt 15 Meter Ja Bestätige Auf Dieselmotoren wechseln Herr Kalleun wir sind aufgetaucht Schraubengeräusche Das war die Sera Sie in der Kalle ist Drucken 30 Meter B comme 3 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt sehen wir die aktuelle Tiefenmessung Tiefe unter Kiel, 15 Meter Auf Seerrohrtiefe, alle Maschinen, Stopp. Befestigtigen. Herr Kalloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. Porsche Raum besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 30 Grad. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kalloi? Wird erledigt, Herr Kalloi. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 20 Grad. Anblasen. 5 Meter. Ja? Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kalloi, wir sind aufgetaucht. Alle Maschinen stopp. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Tiefe unter Kiel. 2. 9 Meter. Tauchen auf 20 Meter. Auf Seerohrtiefe. Tauchen auf 20 Meter. Auf E-Motoren wechseln. 25 Meter. Handelsschiff. 270 Grad. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kalloi. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 285 Grad. 20 Meter. Ja? Ja? Kurs setzen. Jawohl, Herr Kalloi. Äußerste Kraft voraus. Anblasen. Anblasen. 15 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kalloi, wir sind aufgetaucht. Funk-Telegramm gesendet. Funk-Telegramm gesendet. Mensch, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Kurs auf diese Konfinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kalloi. Kurs auf diese Konfinaten setzen. Natürlich, Herr Kalloi. Kleine Fahrt, voraus. Alle Maschinen, stopp. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Was? Das war's für heute. 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 Ich benötige. Ich habe hier etwas Unterstützung. Wir haben neue Befehle. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Endlich ein paar. Das war's für heute. Das war's für heute.